Achtung, die Wiederhandlung führt zu ihrer sofortigen... Man lernt nie aus. Ich habe hier noch nie eine Quest angenommen. Bist nur so ein Mitläufer. Nein, ich bin der Heiler. Der Heiler, ganz genau. Du bist der Typ, der am wenigsten heilt in diesem Spiel. Mein ganz-Worker-Modus heilt irgendwie mehr als du. Ich habe auch keine direkte Heilung. Ja, ja. Das sagen sie hinterher alle. So. Was macht ihr da? Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Dann ist das ja alles klar. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. So, was machen wir jetzt hier? Echos finden. Echo. Echo. Finde Kai. Okay, wir müssen erst zu dem unteren Ding. Kai geht zurück. Okay. Zum Glück habe ich noch Geld für Moon. Für was? Munition. Oh, hier muss ich die andere Knarre nehmen. Welche? Hier. Ah. Was macht die für einen Schaden? Ich brauche irgendwie eine Flammenwaffe jetzt hier. Oh, Kohli hat sich. Heilige Mutter. Der schreit immer das gleiche. Oh, was geht ab? Hat er dich gesnackt? Du Sau. Ich bin da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, altes Ding. Ich hab jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Was? Das haben wir jetzt zum dritten, zum dritten Mal abgespielt, das Teil. Ja, wir werden aufgehoben. Ich kann mich nicht erinnern, wer das gewesen ist. Was geht denn hier ab? No. Du liegst doch hinter mir tot am Boden, du Feinfach. Genug. Die Blätter fallen. Schnee fällt auf kalte Erde. Ich bin wieder da, ihr Schwein, und bin schon wieder tot. Hat dieser Karl gerade in einem Heiko gesprochen? Hallo? Hallo? Merci. Beaucoup. Ach, das ist jetzt dieses Ding, wo wir die Leute töten müssen, oder was? Nee, die sind nun auch hier, aber wir wollen eigentlich weiter. Ja, eigentlich müssen wir Kai's Ecke so aufnehmen. Jetzt kommen die blöden... Oh, die blöden Kopter kommen schon wieder. Die Kopter. Die Kopter-Spargel. Ach, wie die hier mit ihrem... Hat der gerade Pimmel gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaub, der hat gerade Pimmel gesagt. Der kann doch nicht Pimmel sagen in so einem Spiel. Da schauen doch junge Leute zu, die selber einen haben. Nee. Das geht doch nicht. Die werden völlig verstört sein. Okay, was nach diesem Let's Play vielleicht nicht ganz ungewöhnlich ist, aber... Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder unten durch diese doofe Höhle durch. Wenn man nicht hier oben von dem Berg irgendwie springen kann. Doch, hier runter. Hier geht's. Sie her. Er hat einen Geheimgang gefunden. Männer. Ja. War das die Stelle, wo wir in den Tod springen mussten für Jack? Nee, das war noch höher. Und nicht für Jack, sondern wenn man vom Nest cool und chill. Verdammt, ich hab mir einen Nagel eingerissen. Kreis, hebt mich auf. Wie, was passiert? Danke, wo ist der andere? Der andere liegt hier irgendwo im Dreck. Hebe ihn da auf. Ich versuch... Die sprengen hier irgendwas. Alter. Der hat mich nicht darauf vorbereitet, dass die hier wieder so stark sind. Aber dafür gibt es ja 270 Erfahrungspunkte. Durchhalten, Mädchen. Durchhalten. Dankeschön. Gerne. Boah, ey, die sind jetzt wieder kurz stärker. Badass, Goliath. Ey, das ist ziemlich bad. Ich bin ziemlich am Ass. Hast du grad dieses Schildding geworfen? Kann das... Gib mir mehr! Gib mir mehr! Gib mir Leben, du bist! Alter! Was denn? Alter! Wie geht denn der nicht tot? Heilung, flieg durch die Map! Könnte sie auch mich mal finden? Ein bisschen hat sie dich, glaube ich, gefunden. Aber so leveln wir auf jeden Fall auch. Kann es sein, dass dieser Schildwurf... Oh yeah, Level 27. Dass dieser Schildwurf, den du irgendwie... Hast du den irgendwie geskillt oder so? Dass du immer mal wieder irgendwelche Schilder droppst? Ich? Ich weiß nicht. Könnte sein, dass das mein Schild ist. Dein Schild? Oh nein, nicht die! Sexueller Tyrannosaurus. Oh nein! Boah, hat der eine lange Reichweite hier. Mit kleinen Trash-Wall. Ich bin so... Was? Was? Ich bin nicht verstanden. Und dann lacht er noch nicht mehr los. Der schlägt mich mit seinem kleinen Ding hier! Ich nimm das Tal aus meinem Gesicht! Seht! Ich kann schieten! Touché! Endlich mal wieder! Hat der gepasst! Ja, das ist ja wie in so einem japanischen Film. Oh, schau! Was? Meist kurz gespielt. Kurze? Wir sind meist schnell zu Ende, da hast du recht. Hier irgendwo ist eine Quest. Irgendwo ist immer eine. Aber jetzt noch eine! Ich bin so gut, aber... 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 Okay, der Schild ist ja 28, er ist. Ja, muss ich nur ein bisschen warten. Ich bräuchte mal ein bisschen Munition, also... Ah, schön, bist du zuständig! Ja, stimmt. Was für ein Vollidiot! Jetzt gib mir mein Geld zurück! Der Auserwählte! Duuuh! Wie das war's jetzt, oder was? Ja, schnell und schmerzlos! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Nicht weggehen hier! Was passiert? Ich weiß nicht, dass das alles wär, was wir hier haben. Meinst du, da kommt noch mehr? Wo sind wir denn grade? Wer ist dieses, äh, Dorf? Hier ist das, ne? Zack, siehst du? Direkt nebenan... Fahnen sammeln! Super! Party! Sind die wenigstens auch auf unserem Level jetzt hier? Die Fahnen? Ne, die Quäste! Wir haben den Generator vor! Dann zeigen wir die... Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist! Slap! War ja super! Slap, Slap! Was die Thorntooth draufhaben! Jetzt kommen sie, Banditen! Banditos! Mit Helikoptern vom Tower! Piu Piu! Piu Piu! Der hat gesessen! Komm schon! Der hat auch gesessen! Schösst du! Wo sieht die? Die gehen in die Luft! Da sind ja auch Kopter. Jetzt kommen wir noch mehr. Habt ihr eigentlich was mit Korrosionsschaden dabei? Ja. Ja, müsst ihr es nur ausrüsten. Ah, okay. Ich hab ja den Headshot auf ungefähr 600 Meter gemacht. Nicht sogar mehr. Oben auf dem Nest hab ich meinen Abgeschoss. Die Kugel kam voll spät, er sagt... Tschüss. Oh, das ist doch gut gemacht. Das haben sie müde gemacht. Wie sind die denn, ey? Sam, der Generator wurde getroffen. Ich sette ihn. Ah, die Taktik, ey. Informatiker-Taktik. Neue Start. Wie kommen sie das hin? Slap. Mr. Slap. Mr. Slap. Oh, die werfen ja Granadas. Nein, ich brauche den Kerben. Granada! Boah, daneben. Mit dem? Okay, der cheatet. Ja, manchmal trifft man die nicht, ne? Der leidet. Ich hab ihn abgefackelt. Flagge oben? Ja, gleich. Manni! Flaggen hissen, das Generatorgerät. Ja, genau so sollte man es nennen. Weißt doch jeder, was da ist. Achtung, zur Widerhandlung führt zu ihrer sofortigen... Na, wo bist du gerade? Ich hab gerade versucht, einen Geldschein aufzuheben, der offensichtlich außerhalb der Karte lag. Hyperion sagt, das Leben ist zum Leben dar. Schieß da nicht drauf! Warum müssen wir doch? Hat er gesagt? Ja. Damit die Flagge nicht wieder zurückhießen können. So, die nächsten fünf Euro, die ich irgendwo sehe, den stürze ich mich nicht hinterher. Da lasse ich euch jetzt... Die Verlockung ist zwar groß, aber du solltest es trotzdem lassen. Ach, hast du versucht, den Geldschein aufzuheben, den ich extra außerhalb der Zone geworfen habe? Hm, das geht doch egal. Damit das Gewehr da drauf schießt. Wow! Psycho! Ah, da ist noch so ein Folterer-Typ. Toll, ich bin den normalen und regulären Weg gegangen und stecke jetzt hier komischerweise außerhalb der Karte fest. Oh, ach, weh, du. Kannst du irgendwie sterben? Du hast es geschafft. Kannst du hier auch gehen? Nein, wir sind. Kannst du hier irgendwie sterben? Was ist das denn dran? Klar! Ich habe ein Männchen, den Text. Männchen geht! Die Bombe direkt in mein Gesicht. Nicht! Den Frissen! Busschen, rickisch! Ach, schlau. Ich habe voll Blut auf dem Dings. Ich habe nie Blut auf meinem Dings. Zu viele Details, ey. Du weißt schon, dass wir nur männliche Gegner haben. Ist schon wieder so weit, ja, dass das Niveau sich schon wieder verabschiedet hat, Leute. Ist ja unglaublich. War. Absolut, wie viel Vergangenheit, deswegen habe ich auch so viel Geld ausgesetzt. Ey, wenn der kaputt geht, dann spritzt er meinen ganzen Filzschirm voll, sieht das wirklich aus. Was ist denn das? Wofel hast du schon kaputt gemacht von denen? Der wird auf jeden Fall ziemlich spritzig, wenn der kaputt geht. Unkontrolliert. Offensichtlich. Soll ich hier? Oh, ich. Zack. Was war denn das für ein Geräusch? Schleckerei. Schleckerei. Ich habe dich konzentriert. Ich muss looten, ich kann gerade nicht. Ich sage euch nicht, was das war. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wissen wollt, ey. Ich habe mich wieder da. Nein. Sehr merkwürdiges Geräusch. Sehr merkwürdiges Geräusch. Du bist ein bisschen Special Effects, ey. Kennst du den Typen von Police Academy, der kann das auch? Ja, der macht, der tritt dieses Jahr sogar noch in Deutschland auf. Der hat ein paar Deutschlandauftritte noch dieses Jahr. Achso. Marv, hör auf uns, mich über Bord zu schmeißen. Ja, da, Luca, irgendwann müssen wir alle gehen. Ninja Move. Selber Ninja Move. Du kommst hier nicht raus. Ich werde abgegriffen. Zwei Handvoll Haas und tot. Part geht noch drei Minuten, oder? Nee, der Part hat gerade der neue angefangen. Ich bin bei dir. Bei mir noch nicht? Ja. Auch bei dir. Dann lass uns zu dem Fahrstuhl noch rennen. Da sind noch Gegner im Weg. Der Fahrstuhl ist hier aber noch. Noch Munizieren und dann geht's noch am Fahrstuhl. Oh, hier ist ein ätzender Goliath. Lass ich mal spielen. Ih, der hat dann ein Klo aufgemacht. Das hab ich genau gehört. Ich bin da so ein Goliath-Typ. Wo seid ihr denn? Bei Morka. Morka ist ganz schön fies. Fies immer. Willst du mit dem Fahrstuhl fahren? Nein, nicht, ja. Ich muss noch ein bisschen Munition kaufen. Im Fahrstuhl endet der Part. Umso näher kommen sie ran. Fangen sie das dem Kreis. Oh Mann. Volle Action. Werden wir es überleben? Yeah. Wir müssen Partymusik einblicken. Partymusik? Ja, der Part endet hier. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal mit Borderlands. Eingehauen. Eingehauen. Ciabach. Eingehauen. Te Entonces, wir müssen weg diese Formンピ knees haben. Immer, sich hinDSER aufnehmen. Bis zum nächsten Mal.